PEGI 3 Hello all PlayOmission Soccer fans, today we're going to meet the creative producer of the PES franchise, Mr. Shingo Seabass Takatsuka, and ask him what the core concept of PES 2012 is. So, don't miss it! The main theme of the game, including our main theme, is that we're going to be able to achieve the success of the PES. So, we're going to be able to achieve the game in 2021. That's why, in 2011, we've been able to achieve the power and manual pass. Naja in diesem Fall, man kann man sich nicht mehr über die Felsen und die Flucht zu erzeugen. Aber in dem Fall, wenn man einen Schweren hat, der sich nur ein Teil der Felsen zu sehen, das ist das Problem. Das ist das Ziel, dass man nicht nur auf der Felsen des Felsen hat. Es ist nicht so wichtig, so haben wir. Und das ist tatsächlich kein Sucker für uns zu sehen. Sucker hat einen Satz und ein Team für sie zu攻me. Das war im Jahre 2010, zu erzeugen, dass sich darunter zu verändern. Was für ein Team zu攻me? Der Hauptmann ist sehr wichtig an dem Anspruch. Das ist ein Problem, dass wir Vorträgen auf den Steigerbord haben. Die zweite Zeitung des Jahrzehnts für 2012 highlightert sich vor der Vertreifung des Siegerbordagent. Die Siegerbordagentur wird alles um eine Maske hin und die Effektion werden. Die Schreiber wird aufgrund der Stärke aus dem und das für Sie im Kurs. Der ist auch nicht nur der Zeit, sondern der Street-Kurs. Man kann man die Tätigkeit für die Schreiber auf der Stärke in den Stärke. Er ist nur der Stärke an der Stärke. Läge die Stärke auf der Stärke und die Stärke auf der Stärke auf der Stärke. Das ist auch die Stärke auf dem Bord. Wenn man sich den Ball auf der Stärke auf der Stärke auf dem Stärke zu kommen, was man sich über die Stärke auf dem Stärke auf der Stärke auf dem Stärke auf der Stärke. Das ist, wie viele von einem anderen Erinnerungen in Erinnerungen ist, aber es gibt auch viele Dinge, wenn man einen Post-Programm hat, wenn man einen Schüttchen und einen Schüttchen möchte. Das ist natürlich auch ein Problem. Man kann einen Pass-Programm machen, aber man kann einen Schraub machen. Man kann einen Schraub machen, Die Kabupaten sind sehr gut. In 2012- Schule, insofern es wird ganz sicher, und es ist ebenso eine Freude-Sackel-Fahrer. Das ist die erste, die wir in den nächsten Jahren haben. In der letzten Woche, die Offense-Tag-Auswärts-Tag-Auswärts-Tag-Auswärts-Tag-Auswärts-Tag-Auswärts-Tag-Auswärts. Ich hoffe, dass du jetzt noch nicht der Reaktionische Dauer das heute noch etwas unbedingt dieser Reaktionismus für den Wert. Jetzt habe ichheurend die Daten ausgüpfung zu ändern, um die Zeit für den Platz zu verbinden, und hier ist es anders als ein Schritt in die Zukunft. Wenn man sich die Bolle aufbauen oder時間 aufbauen kann, dann kann man sich die Person und die Bolle aufbauen werden, dann kann man die Bolle aufbauen und kann man sich die Bolle aufbauen. Wie ist die Bolle aufbauen? Ich habe die Bolle aufbauen, die Bolle aufbauen und die Bolle aufbauen können. Welche Türen hat man sich nicht nur in der Falle. Welche Türen hat man die Türen von 1-1? Das ist eine Fokus auf dem Weg. Man nennt sich nur den Türen. Untertitelung mit Fertigemgleich mit dem Verwenden, man hat einen Schauspiel mit einem Schauspiel. Das ist ein Schauspieler der Türen. Das ist ein Schauspieler und einfaches Schauspieler. Stimme側もディレイは向上していますので Echt, die ich anstattstattest, und ist es einfach nicht möglich. Das ist natürlich auch ein Problem, dass es bei der neuen Übersetzung ist, sondern es ist einfach nicht besser, sondern es ist ein Gefühl, dass ich den Spieler den Kornen der Aufmerksamkeit zu haben. Es ist aber auch so wichtig. Es ist der Fall, dass PES 2012 etwas weiteres fútbol zu haben, weil es die Spielern die Freiheit, auf der individual und die Team-Level zu haben. Was ist er? Sie haben uns gesagt, dass die Einladung von den EDIT-Modeln und EDIT-Modeln gibt es noch ein neues Fähigkeiten, aber ich glaube, dass die Einladung von den EDIT-Modeln hat uns gesagt, dass die Einladung von den EDIT-Modeln zu sein, dass die Einladung von den EDIT-Modeln Ich bin der Zeit, die wir über den Ebenen erleben können. Wir möchten alle zusammen mit den Ebenen besinnen und mit der Ebenen besprechen. Wir müssen den Ebenen auf den Ebenen haben. Wir können immer mal am Ebenen machen und sehen. Wir müssen die Ebenen von euch freuen. Wir möchten alle, die Ebenen auf den Ebenen haben. Ich freue mich auf die neue Videos und ich freue mich auf das Video. Bis zum nächsten Mal. Das war KASUKA.